Hopp, 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 Gangman-Style. Gangman-Style heißt das Video, das in diesen Tagen über 400 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen wurde. Das Besondere an diesem Video ist der Tanz des Rappers Psy. Er springt auf einem imaginären Pferd, so wie ich das verstehe, macht sich der Rapper lustig über Menschen, die in Gangman in einem Bezirk von Seoul wohnen. Angeblich sind die Menschen dort, sehr viele von ihnen Möchtegerns, die sich reiten lassen von ihrer Gier nach Profit, nach immer mehr Ansehen. Ich denke dabei an Jesus. Er macht sich nicht lustig über Menschen, die gierig nach Profit sind, aber er warnt vor dem Reichtum. Einmal mit den Worten, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Für mich heißt das, Achtung, sei nicht zu gierig auf Dinge und nach immer mehr. Damit kannst du dir das Glück verspielen. Natürlich brauche ich eine materielle Absicherung. Ich brauche ein Dach über meinem Kopf. Ich brauche Dinge für mein tägliches Leben. Und gleichzeitig bitte ich Jesus, dass ich die Kraft habe, herabzuspringen vom Pferd der Gier. Dass ich nicht gierig hänge an den Dingen und süchtig bin nach immer mehr. Ich glaube, so kann ich eher das Glück erleben. Und so kann ich vor allem auch freier sein, um im Kontakt mit Gott zu bleiben und viel Freundschaften zu erleben. Was ich will, ist dieser Lifestyle. Und so kann ich noch nicht gerne. Sasha, ich werde dirroiden, was ich zu sagen?